Einen wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, Herzlich Willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxxas. Ich habe mir einen Stürmer gekauft, und zwar für die Kaisio A, weil ich einfach gemerkt habe, Quark Diarella scheint nicht so richtig zu funktionieren und ein bisschen Pace ist schon nicht schlecht, deswegen habe ich noch mal geguckt, was es da für... Der ist immer noch verletzt. Achso, ich muss eh noch ein Spiel machen mit der Bundesliga. Ja, trotzdem, genau, ich habe mir einen neuen Stürmer gekauft, weil Quark Diarella relativ langsam nicht der beste Dribbler und habe noch mal geguckt, was es da für Alternativen gibt und habe da was Interessantes gefunden. Was habe ich für den bezahlt? 750, genau, das war ja nicht teuer. Deswegen kein Problem. Und habe mich jetzt für einen anderen entschieden, der mir schon beim ersten Mal, als ich geguckt habe, ins Auge gefallen ist und zwar Eder oder Eder. Ich weiß ja nicht, wie er ausgesprochen wird, aber da keine Betonungsstriche drauf sind, denke ich mal Eder. Aber Eder klingt besser. Mal gucken, wie ich ihn nenne. Ja, 85 Tempo wie Origi, aber gutes Dribbling, guter Schuss, ist auch fast beidfüßig, schwacher Fuß, 4 Sterne. Hat man noch nicht genau geschaut, was er für Ingame-Werte hat, aber ich denke, der sollte der besser passen zu meinem Spielstil und zu FIFA 18, deswegen nehmen wir den mal. Aber wir müssen jetzt mit der Bundesliga noch mal spielen, habe ich gesehen. So, jetzt konzentrieren. Ich muss vor allem, wie gesagt, ich muss meine Abschlüsse nutzen, ich muss meine Tore machen, weil ich wäre einfach gegen Tore fressen. Es wird nicht reichen, zu versuchen, so gut wie möglich zu verteidigen. Das macht man ja sowieso immer. Man muss auch einfach die Abschlusschancen nutzen. Puh, komm schon. Da haben wir schon mal einen gehabt mit diesem Trikot und ich nehme definitiv kein anderes. Wobei, ne, wisst du was, das sieht sich viel zu ähnlich, das sieht sich viel zu ähnlich. Ich nehme einen anderen Gegner. Ich muss auch zugeben, ich bin nicht mehr so richtig zufrieden mit dem Auswärtstrikot. Also mit diesem schwarzen, gestreiften. Das gefällt mir nicht mehr so. Ich werde mir neue Trikots holen müssen. Irgendwie optisch gefällt mir das nicht mehr so. Oh, da hat sogar noch einen Silberspieler drin. Hüvedes in der Innenverteidigung. Sehr durchwachsenes Team. 75er ZOM. Ich gehe mal davon aus, das ist einfach Pace vorne. Also ich gehe mal davon aus, die sind einfach alle super schnell. Auch der Silberspieler anders kann ich mir nicht erklären. Wobei Hüvedes halt überhaupt gar nicht schnell ist. Aber es ist halt Innenverteidigung. So, hoher Druck hat mir eigentlich ganz gut gefallen, so vom Gefühl her. Ich lass das mal. Ich denke, das hilft am... Am ehesten bei... Oh, was macht denn mein Spieler wieder? Ich finde es passt am ehesten bei der Verteidigung. Alaba kann trippeln, das hat man gerade gemerkt. Da scheint man wieder so ein aggressiver zu sein. Was passiert gleich nach den Schuss. Ich denke da so ein bisschen ist auch einfach sinnvoll, da abzuschließen. Okay, es gibt einen Einwurf. Ah, Klicke habt's. Ok, einfach in die Arme ist nicht so geil. Ah, ich wusste, dass das jetzt nach innen passt, leider bleibt trotzdem im Ballbesitz. Interessant, dass er da noch reinkommt. Aber das war jetzt, würde ich sagen, da konnte ich recht wenig machen. Also, wenn das jetzt ein Tor gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, ich habe eigentlich gut verteidigt. Und daher bin ich froh, dass es kein Tor gab. Hat nicht mit einem kurzen Abschlag gerechnet, sehr gut. Ärgerlich, dass er da hängen bleibt. Oh, Brooks! Oh, ist natürlich Sommer da. Also der Gegner auf jeden Fall wieder schwerer als der letzte, das kann ich schon mal sagen. Schön gesehen und schön durchgelaufen mit Trauré. Schade. Hätte ich wahrscheinlich einen anderen Pass suchen müssen. Schön von Hector gemacht und dann aber diesen Scheißpass gespielt. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass der den abfängt. Schade. 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 Das hat er gut gemacht. Das waren leider wir zuletzt dran. Das ist mal ein schlechter Pass vom Gegner. So, gut mitgelaufen, muss ich eigentlich sehen und darf dann den Pass da nicht spielen. Das ist krass, dass er den ohne Foul rausbekommt. Ein Aufbauspiel gefällt mir nicht, alle Gegner verteilt auch gut. Oh Mann, ich müsste halt mal Abschlüsse hinbekommen. Wieder zu langsam, zu träge. Das läuft aber bei uns jetzt gerade ziemlich ähnlich, kann man sagen. Schade. Aber immerhin mal ein Abschluss. Hätte ich auch gar nicht gedacht, dass Bender da überhaupt zum Abschluss kommt. Also ich dachte nicht, dass er den noch sicher läuft. So schnell ist er ja eigentlich nicht. Ich glaube 69 Pace oder so. Ja! 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 Schönes Ding von Origi! Ja! Puh! Puh! Nice! So, jetzt hoffentlich schaffe ich es weiter so gut zu verteidigen. Direkt auf Defensiv. Schön gemacht mit Bender. Die Pace von Hintep und Traore konnte ich in dem Spiel irgendwie noch gar nicht ausspielen, weil der sehr gut mitläuft. Bisher. Also weil der auch eigentlich direkt nach außen auf Weiser gehen. Glück gehabt, dass dann mein Innenverteidiger vorm Gegner stand. Also wir verteidigen bis jetzt gut gegen den Gegner. Weil ich sage immer gegen den Gegner, weil ich weiß, dass ich insgesamt noch nicht wirklich gut verteidige. Aber gegen den Gegner machen wir es bisher sehr gut. Ja, der hat immer einen mitlaufen. Abseits. Auf außen. Also bisher habe ich es echt noch nicht geschafft, da mal durchzukommen. Ich glaube... Ne, ich glaube... Waren wir einmal durch? Ich weiß gerade nicht. Abseits. Amen. Hätte ich einfach nur nach vorn weiterlaufen müssen, ich trottel. Das war diesmal nicht gut verteidigt. Das war nicht gut verteidigt. Tja, und eine Ecke ist immer ein Problem, immer gefährlich. Alaba ist echt geil, also der macht wirklich einen guten Job da außen. Das merkt man, dass der ein 86er Außenverteidiger ist. Oh, und da läuft mich Karstrop aus. Den habe ich auch als Außenverteidiger in der Kalzio-Arm-Mannschaft. Das hat er gut gemacht. Oh, zum Glück. Ja, jetzt haben wir ein paar Abwehrprobleme gezeigt, definitiv. Das haben wir in der ersten Hälfte dann doch besser gemacht. Schade. Das war jetzt wieder gut verteidigt. Sind wir gut mitgelaufen. Schwacher Pass von Uri Gia. Der hat natürlich auch nicht so einen guten Pass wie der Kruse. Aber ich bekomme einfach nicht den Spieler, den ich will. Fuck you! Das Tor ist nur gefallen, weil ich dreimal nicht den Spieler bekommen habe, den ich haben wollte. Scheiße, Mann. Das Tor hätte ja aus dem Grund nicht sein müssen, weil ich einfach nicht den Spieler bekommen habe, den ich haben wollte. Schönes Tor mit Rauri. Oh. Und das sogar mit einem schwachen Rechten hat er, glaube ich, nur zwei Sterne drauf, oder? Ich wollte eigentlich auch flach ins lange Eck schließen. Der war ziemlich hoch für einen flachen Schuss. Aber es kann sein, dass er sich so straff aufgezogen hat, dass er dann so hoch ging. Keine Ahnung. Wichtiges Tor. Direkte Antwort. Da waren wir auch mal durch über außen. Ich überlege euch jetzt mal aufs Herde, wenn ich direkt gehe. Kommt. Sehr gut. Und dabei sollte eins weitergehen nach Pogri. Oh, genau das will ich noch abdecken. Ich bin erlerbar verteidigt. Aber bei dir, bei dem Gegner habe ich halt auch wieder gemerkt, sobald er schneller gespielt hat, sobald er schneller im Angriff war, es ist mir einfach so schwer gefallen, gut zu verteidigen. Wenn er halt einen langsamen Spielaufbau gemacht hat, dann war es deutlich einfacher für mich. Aber ich denke, das ist auch normal. Oh, ich mache Pass. Sehr schön mit Hector. Ich mache Ballernahme. Genau das, was ich verteidigen will. Genau das, was ich verteidigen will. Und dann zum Glück ein schwacher Abschluss. Ja, das war wieder... Er hat es schnell durchgespielt. Ich habe es nicht geschafft, es zu verteidigen. Es war einfach schlecht von mir verteidigt. Oh, er antizipiert es leider. Er war einfach super, super schlecht verteidigt. Und das lag daran, weil er es sich schnell durchkombiniert hat und ich es nicht geschafft habe, mich da passend in den Weg der Pässe zu stellen. Oh, ich habe direkt auf Passen gedrückt. Ich habe direkt auf Passen gedrückt. Und deswegen war ich halt überrascht, als er nichts macht. Hier laufe ich gut mit, mit Alaba. Wo ist ja schon die 90. Jahrzeitspielen. Oh, war das knapp. Ich denke, es war trotzdem ein verdienter Sieg, vor allem aufgrund der ersten Hälfte. Aber sehr knapper Sieg. Aber Halbfinale, wir kommen. Sehr geil. Origi macht wieder ein Tor, hat auch eine Vorlage. Ja, also Origi gefällt mir auf jeden Fall von Anhieb. Auf Anhieb, muss ich sagen. Und da wir ja jetzt Edea in der anderen Mannschaft haben, der dem Origi ja doch ähnelt, hoffe ich mal, dass es da ähnlich läuft. Und endlich, das ist das erste Mal, dass wir mehr Siege als Niederlagen haben in FIFA. 18, 10 Siege in 9 Niederlagen. Ein Unentschieden. Hat sich auch mal keiner verletzt. Sehr schön. Ich habe ja auch überhaupt noch keinen Ersatzspieler oder sowas. Ich meine, die kann man jetzt natürlich total preiswert kaufen für diese Teams, aber ist es so schon lieber. So, Edea, mach mal was. Rechtsfuß, 4-Stand auf den schwachen Linken. Kommt, glaube ich, auch schon auf 10 Chemie durch die guten Verbindungen. Ja, komm. Das ist, glaube ich, Palermo, oder? Mit diesem rosanen Dingens da. So, wieder mal Premier League. Schon ein sehr anständiges Team, wie man sieht. Der wird auch schon der ein oder andere Spieler mehr kosten. Ich glaube, so ein Smalling in der Innenverteidigung. Er war letztes Jahr zwar noch ein 84er, aber der war ja damals schon beliebt. Oh, und er hat Sonne als linken Flügel, Salah als rechten Flügel, Vardy als Stürmer. Die sind alle drei super schnell. Ich will auch direkt mal auf Defensiv stellen gegen den Gegner. Weil er extreme Pace von drin hat. So, ja, ich muss, ich überlege noch so nebenbei, so ein bisschen, wie ich meine Verteidigung einstelle, also wie, was ich besser machen kann, etc. Hohen Druck hat mir, wie gesagt, ganz gut gefallen. Was ich mir auch schon mal überlegt habe, dass man mal probieren könnte, ist, sobald man in Führung geht, von hohen Druck auf Oh, den hätte man rein machen können. Ah, da war natürlich auch schon da. Von hohen Druck auf Ball bis jetzt wieder zu gehen. Dann kann ich dann vielleicht besser rumspielen. Schade. Aber wenigstens eine Druckphase. Oh. Oh, schade. Ja, Vardy, aber Karst Dope ist da. Der hat einen merkwürdigen Namen. Aber wenigstens ist einer von uns da. Fuck. Aus den Augenwinkeln habe ich im ersten Moment gedacht, das wäre einer von mir. Das haben wir gut verteidigt. Da hätte man Laufpass spielen müssen, habe ich leider noch meinen Pass genommen. Schön mit Valero. Auch wieder eine dumme Idee, der Pass. Bitte für uns. Ich nerf ein bisschen die dunklen Hosen beim Gegner, muss ich zugeben. Oh, das hat er gut gemacht. Das hat er da sehr gut gemacht. Aber mein Karst Dope hat es noch viel, viel besser gemacht. Krass, wie der Sonne abgelaufen ist. Aber ich glaube, Sonne ist auch nicht so schnell. Ach nee, Moment, man hat ja nicht die 87 Pace oder so im letzten Vieh, bin mir gerade unsicher. Also der normale Sonne. Also der normale Sonne. Oder war das schon der aufgewertete Sonne? Nein, ich bin mir gerade nicht sicher. Also der normale Sonne, nicht so viel besser. Das war eigentlich gut antizipiert. Wie scheiße, der Eder die Pace mitgenommen hat. Also das war erstmal schön, dass er das Tor da macht. Auch flach wieder. Aber wie scheiße, also war er natürlich trotzdem ziemlich glücklich, dass wir da nochmal an den Ball gekommen sind. Aber wie scheiße, er vorher die Pace mit dem, eine mega geile Schussteutschung gemacht, den Gegner richtig geil aussteigen lassen. Und, okay, getunnelt noch. Und dann bleibt er aber stehen, fällt fast nur über die eigenen Füße. So, jetzt gehen wir schon mal auf defensiv oder auf sehr defensiv. Ich gehe mal direkt auf sehr defensiv, wenn wir ein Tor haben. Ach, ich wollte ja sowieso gegen den auf defensiv anfangen. Ich Idiot. Ach ja, was ist denn jetzt eigentlich mit mit Ballbesitz? Ich weiß nicht, ob ich da hinwechseln soll. Ich probiere es erstmal so weiter. Oh, es ist abseits, aber es war einfach so verlockend, auf ihn zu spielen. Sehr gut gemacht. Hat aber auch nicht gut ausgespielt, fand ich. Das ist ja gar keine mehr von. Ach so, ich spiele auch auf sehr defensiv, das ist klar. Das ist auch ein Fehler, auf sehr defensiv direkt zu gehen, weil die beste Verteidigung vor allem in FIFA 18 ist einfach Tore. Und die kriegt man nicht hin, wenn man auf sehr defensiv spielt. Deswegen geht es auch wieder auf defensiv. Ich mache es sehr defensiv, wenn man zwei Tore hat. Weil dann wird der Gegner auch mehr aufmachen. Das heißt, dann hat man auch eher mal einen Konter. sehr gut. Da muss ich mich verteidigen, auch immer an der Viererkette orientieren und die nicht aufreißen. Jetzt dachte ich mir schon, dass das passiert. Merkwürdige Parade von Perrin! Und was war das denn von der Rossi? Ich habe einfach auf sichere Ballannahme gedrückt, also linke Schultertaste ist es zumindest bei mir. Ball kommt sogar an, sehr schön. Jetzt muss ich durchgehen, ich habe ja niemanden. Schöner Ball auf Salah, Salah sage ich schon, auf El-Sharavi. Und dann hat er aber leider auch wieder nach der Schusstäuschung sich ganz komisch gedreht. Boah, ich habe wieder dreimal nicht den richtigen Spieler bekommen. Zum Glück hat er nicht im richtigen Moment den Schlenker gemacht. Das hätte ich gerade ein Problem gehabt. Schade. Mal komplett blank, ne? ganz in Ruhe, Ball laufen lassen. ist es immer noch, ist es immer noch, ist es immer noch mein Spiel, was ich hier spielen muss. Auch wenn es wie vor 18 ist. Gegner hat nur einmal geschossen, also auch hier wieder erste Halbzeit gut verteidigt. schauen wir mal, wie es in der zweiten läuft. Das hat er nicht so gut gemacht. Oh, krasses Tor von EDR in seinem ersten Spiel. Das war ein richtig krasses Tor. Mit einem schwachen Linken. Eieiei. Oh, diesmal hat es nicht geklappt. Schade. Mit einem schwachen Linken aus der Position das Ding dann reingeschossen. Krass. Krasses Ding. Ja, das ist halt FIFA 18. Da fallen halt solche Tore häufiger. Ich freue mich jetzt schon, ich bin jetzt schon gespannt auf FIFA 19, wenn mir da alles komplett anders ist. Schön mit Astori abgefangen. Na ja, jetzt können wir ja mal auf sehr defensiv gehen. Schade. Ja, Rien ist da. Schade. Sorry, aber was soll ich da machen? Das war dann gut verteidigt. Ich habe mit meinem Spieler versucht, ihn abzudecken. Dann war einer beim Gegner dran. Wenn ich da jetzt also ein CPU-Verteidiger war am Gegner dran. Wenn ich da jetzt den CPU-Verteidiger wechsle, dann mache ich die Ordnung wahrscheinlich kaputt und laufe wieder in irgendeine Scheißrichtung. Deswegen war das denke ich schon gut, das so zu verteidigen. Und ja, leider hat es halt nicht gereicht, um den Schuss zu blocken, was dann halt meistens das effektivste ist. Hätte ich eher den Pass suchen sollen, mich nicht auf irgendwelche Kämpfe einlassen. Ich habe jetzt auch keine Bullen auf den Außen. Das sind meistens eher zierliche, schnelle Spieler. Zum Glück kommt der Pass nicht an. Ja. 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 Denn Schuss Ja. Schade, das müsste eine Ecke sein. Aber gut, nach Ecken hab ich jetzt auch nicht wirklich Tore gemacht. Außer eins. Ein einziges Ecken sollte ich bisher. Aber vorher fand ich es nicht gut verteidigt. Wir haben es schon ein wenig Sonnen gut gemacht, aber vorher war es echt schlecht. Scheiß Pass. Oh, geiler Schuss, aber auch krass geil von Pekovic. Das setzt sich denn hier nie jemand durch, ey. Zum Glück war ich dann noch irgendwann da gegen Vardy. Also kontern kann er auf jeden Fall. Okay, das ist die 74. Komm schon. Oh, da hab ich auch gedacht, da geht jetzt rein. Schade, aber gut, Valero, ne? Hat halt leider keinen wirklich guten Abschluss. Weder distanzmäßig noch... Oh nein, das wollte ich doch... Das wollte ich doch abdecken. Scheiße, ich bin nicht gut genug mitgelaufen. Das war auch mein Fehler. Ach, Abseits. Oh, geil. Zum Glück bin ich nicht gut genug mitgelaufen. Zum Glück bin ich nicht gut genug mitgelaufen. Sonst wäre es nämlich kein Abseits gewesen. Oh, bin ich froh. 78. Ich geh jetzt doch mal auf. Abwehrriegel und Zeitspiel. Sobald ich irgendwie in die Richtung des Zeitspiels komme. Haben wir Glück, aber ich wollte logischerweise auch nicht da hinpassen. Aber wenigstens ein Morph. So 85 ist der. Komm schon. Und wir machen gleich noch einmal. Oh, es gibt sogar Foul. Einer kurz bitte. Oh, das hat er gut gemacht und nicht schlecht. Zum Glück. Sind wir jetzt schon im Finale? Was ist das Halbfinale, das wir gerade gespielt haben, oder das Viertelfinale? Sind wir gerade unschließlich. Das war das Viertelfinale, oder? Das erste Mal, als wir das Viertelfinale gewonnen haben, oder? Die DER 2 Tore, sehr schön. Vorlagen, auch 2 Euro. Ja, Vorlagen geben wir, das war ein guter. War das Halbfinale, oder das Viertelfinale? Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Das war das Halbfinale! Geil! Ich bin im Finale, ach du Scheiße, ich bin im Finale. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen gewinnen, wir müssen gewinnen, wir müssen gewinnen. Ich möchte gewinnen, bitte, bitte, bitte. Ich möchte die Weekend League spielen. das wird eine der wenigen sein, die ich wirklich komplett durchziehen kann. Bitte, bitte, bitte. Ich hasse mich, also ich hasse es, ich hasse mich jetzt schon, weil ich jetzt schon weiß, wie anstrengend das wird und wie sehr ich mich aufregen werde in vielen Spielen und ich wahrscheinlich zu tun habe, überhaupt Gold 3 zu erreichen, aber es wäre so geil, es wäre so geil. Oh, was für knappe Ergebnisse. 2x2-1, krass. Komm schon, Baby, komm schon, komm schon, komm schon. Das seht ihr dann logischerweise in der nächsten Aufnahme. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat, ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax jetzt, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.